Wir möchten euch heute einmal die schöne Spielgarage von Melissa & Duck vorstellen. Und zwar kommt die mit drei verschiedenen Autos, mit einer Feuerwehr, mit einem Krankenwagen und mit einer Polizei. Die sind alle aus robustem Holz. Gleichzeitig kommen noch dazu drei verschiedene Schlüsse. Ihr seht hier in Rot, Weiß und Blau. Und dementsprechend gibt es dazu passende Schlösser. Die sind dann da oben. Also es passt immer nur der jeweilig farbig passende Schlüssel in das richtige Schloss. Damit kann man dann die Garagen aufschließen. Und dann gibt es noch ein tolles Spielerlebnis. Und zwar haben wir hier unten kleine Hebel. Da ist der blaue, da ist der weiße. Und wenn ich dann das Auto in der Garage platziere und diesen Hebel drücke, dann düst das Auto aus der Garage los. Also wir haben ein tolles Spielerlebnis plus die Motorik gefördert wegen den Schlüsseln. Und das ist einfach eine ganz tolle Geschenkidee ab drei Jahren.